Ihre Forschenden und Studierenden arbeiten mit viel Engagement an ihren wissenschaftlichen Arbeiten, verwenden aber viel Zeit auf lästige Nebenaufgaben. So nimmt etwa die Formatierung von Publikationen nach den notwendigen Anforderungen viel Zeit in Anspruch. Pro Wissenschaftler etwa 52 Stunden im Jahr. Häufig wird zudem mit Microsoft Word gearbeitet. Verschiedene Versionen einer Datei sind per E-Mail im Umlauf und müssen immer wieder auf den neuesten Stand zusammengefügt werden. Der Texteditor von SciFlow wurde entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen. Das Schreiben erfolgt in der Cloud, sodass alle Co-Autoren und Autorinnen gleichzeitig und unabhängig von ihrer Organisation auf das gemeinsame Dokument zugreifen können. Mithilfe der Kommentarfunktion können alle Co-Autorinnen miteinander kommunizieren. SciFlow erleichtert die einzelnen Referenz- und Quellenmanagern wie Citavi, EndNote, Mendeley oder Zotero können alle gespeicherten Quellen einfach importiert werden. Die einzelnen Referenzen können dann per Drag & Drop an die vorgesehene Textstelle gezogen werden. Die verwendeten Quellen werden beim Exportieren in das ausgewählte Format überführt. SciFlow unterstützt über 8000 Zitierstile. Hier sehen wir als Beispiel ein Dokument in zwei Exportvarianten. Auf der linken Seite die deutsche Zitierweise, in der die Quellenangaben durch Fußnoten erfolgen. Auf der rechten Seite dasselbe Dokument mit der Harvard Zitierweise, bei der eine Kurzangabe bereits innerhalb des Textes zu sehen ist. Neben den Zitierstilen können Sie zwischen hunderten bereits vorhandenen Vorlagen für Journals und Standarddokumente wählen. Als Institution können Sie darüber hinaus eigene Templates in Auftrag geben, die für Ihre Studierenden und Forschenden wichtig sind. Darüber hinaus haben Studierende und Forschende die Möglichkeit, ihre Wunschtemplates ganz direkt bei uns anzufragen. Bei Erstellung eines Dokumentes wählen Sie dann die gewünschte Vorlage aus, wodurch beim Export alle notwendigen Formatierungen übernommen werden. Damit Sie sich voll auf das Schreiben konzentrieren können, hilft die integrierte Rechtschreibprüfung von DudenMentor bei deutschen Texten. LanguageTool überprüft Ihre englischen Arbeiten. SciFlow ist kostenfrei für Studierende und Forschende nutzbar. Mit der Campus-Lizenz können Institutionen SciFlow auf ihre Bedürfnisse anpassen und in ihr digitales Angebot integrieren. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie als Forschungseinrichtung dazu beitragen können, das Schreiben und Publizieren für Ihre Studierenden und Forschenden zu erleichtern, freuen wir uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme.